Wir kümmern uns darum, den regionalen Unternehmen Zeit zurückzugeben und sich auf ihr Business zu konzentrieren. Das heißt, wir kümmern uns um die Außenkommunikation, sodass die Kunden sich um ihr eigentliches Tagesgeschäft kümmern können. Wir haben die Expertise seit über 20 Jahren in diesem Bereich und wir kennen die lokalen Medien, wir kennen die Gegebenheiten in Hamburg und Umgebung. Und natürlich wissen wir, wie das Business funktioniert und können die Kunden unterstützen.